jo freunde was geht ab herzlich willkommen der zweite besuch jetzt bei wegen meinem kompletten crash ja hallo leute mein name ist bilder der killer und ein herzliches wir kommen zu red mist jetzt gibt es eine schöne bahnung warning this games content jumpscare flashlights scary and on the strategy content ok let's continue so wo waren wir da on 7 januar 2000 squidward was found this was found that in this house by the friends spongebob and patrick the kitty potter police study your industry but i'm not found any possible murder and what involves and suicide as as five days later spongebob and patrick was reported on missing and last seen enter inscritments house in the river of the night as bikini the bikini potter police continue as you as as the secret call secret call door on the leaf scripted scripted south you are the play as and the police officer of the bikini rotten police police have to enter this call ok er hat schon alle den toll verstanden let's go get it loading hit ok what the fuck wo bin ich jetzt denn ok das sieht schon mal nach einem ganz guten start aus ok wir müssen 7 items finden steht hier oben steht hier oben ok ok and showing the flag ah ah meinen 10 die auf 0 bei irgendwas ok hm das ist irgendwas komisch ok ich weiß nicht ob da noch ein Jamescare kommt hallo warte 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 ich geh mal kurz ja ja ich sagte ok 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 let's continue es ist nicht so schlimm dass ich nicht komplett spiele aber ich zeige euch nur kurzes gameplay ok ok was hat da ein Spongebob ok ok ah da ist unser erster Tim 1 von 7 brauchen wir ok 1 von 7 haben wir jetzt jetzt müssen wir ohne dass wir den Squidward sehen den Mörder nicht entdecken können nicht entdecken können achso der Flashlight ist komplett an dir ok ok wir gehen weiter wow he has he has he has ok ah oh shit holy shit was war das denn You're wrong Ah, der nächste item Alter, holy shit Holy shit Was war das denn? Holy shit Okay, begin weiter Enjoy the slack Okay 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 Ich trau mich nicht weiter zu kommen Alter, ich hör Was ist das? SP 129 Was ist das? Ähm Okay Ich hör jetzt was aus meinem Kopfhörer Also ganz ruhig bleiben Ganz ruhig bleiben und noch keinen Chance Ganz scheiß machen Alter, Patrick ist tot Yo, the fuck Okay, wir gehen weiter Es wird jetzt noch ganz dunkel Ach du scheiße Jetzt geht's los Naja, ist noch Kiste Wann, 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 wann Ich glaube, wir gehen jetzt weiter nach vorne Ich glaube, wir gehen jetzt weiter nach vorne Ach du scheiße Ach du scheiße Scheiße, komm Scheiße 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 Ich hör jetzt mal auf Das ist das happen in the case was close five monate later later and the stairs reins mystery but this day heute ich habe drei items eingesammelt aber bleibt hier aber da haben wir die wird sowas von den rest gegeben also okay das ist echt nicht so fast das ist das ist echt nicht so fast dass jetzt das passiert ist ja also leute vielen dank fürs zuschauen das war mit einem sport für die pastor hocken hoffentlich dass es euch das video gefallen hat hinterlass einen daumen nach oben da und aktive die glocke und keines videos zu verpassen schau unbedingt beim zweiten kanal vorbei dann gibt es gleich eine folge mit den react episode zum retten ist also ich wünsche euch noch einen schönen abend und sagen der peter ist raus bis zum nächsten mal ciao euer peter der killer ja ja ja